Ich freue mich jetzt sehr. Wir kommen zum ersten Impuls und ich hatte es vorhin schon ja angeteasert erwähnt, die ersten 1000 Tage. Das sind die entscheidenden Tage und wer dazu viel zu sagen hat, das ist Frau Dr. Annette Hilbig. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Ökotrophologie an der Hochschule Niederrhein. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin, promovierte zu dem Thema Säuglings- und Kinderernährung. Sie ist langjährige Mitarbeiterin gewesen am renommierten Forschungsinstitut für Kinderernährung in Dortmund. Das wird Ihnen allen ein Begriff sein. Sie hat zahlreiche Forschungsprojekte aufgebaut, koordiniert, wissenschaftlich begleitet, evaluiert. Sie ist Autorin zahlreicher Bücher und Veröffentlichungen und heute ist sie hier und wir freuen uns. Herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Hilbig. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung, für das wunderschöne Ambiente und für die Einladung zu der Veranstaltung. Tatsächlich bin ich schon mehr als 20 Jahre in diesem Bereich unterwegs und ich finde es super spannend, was sie versuchen, auf die Beine zu stellen und im Prinzip ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal, an die Familien heranzutragen, denn man merkt einfach in der Praxis, die Familien sind sehr, sehr unsicher und ich habe das Gefühl, in den letzten 20 Jahren sind sie noch unsicherer geworden, was das Thema Ernährung, Bewegung angeht. Und es wurde schon mehrfach heute erwähnt, die Ernährung in den ersten 1000 Tagen, generell die ersten 1000 Tagen sind ein wichtiger Punkt, spielen eine wichtige Rolle in der langfristigen Gesundheit, die bis ins hohe Alter hinein bestehen bleiben soll. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass wir uns mit diesem Thema befassen. Und mir obliegt es heute, Ihnen einen groben Überblick zu geben, was denn diese 1000 Tage umfassen, was es ist und natürlich auch, warum wir überhaupt darüber sprechen. Also warum ist es so wichtig, die ersten 1000 Tage in den Hintergrund oder in den Fokus zu setzen. Und dann starten wir auch direkt mit dem Hintergrund. Wir starten mit dem ersten natürlich. Und ich denke, die Zahlen sind für Sie vermutlich nicht neu. Wir haben eine hohe Prävalenz von Übergewicht bei uns in Deutschland. Mehr als die Hälfte der deutschen Erwachsenen sind übergewichtig oder sogar adipös. Wenn wir uns die Schwangeren anschauen, etwa 40 Prozent der Schwangeren starten mit Übergewicht in die Schwangerschaft, was möglicherweise Nachteile für die Gesundheit nicht nur der Mutter mit sich bringt, sondern auch langfristig für die Gesundheit des Kindes. Und wir sehen zunehmend auch das Problem bei unseren Kindern und Jugendlichen. Mehr als 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind heute übergewichtig, teilweise adipös und die Zahlen steigen zunehmend. Übergewicht Adipositas ist aber im Prinzip auch eine Grunderkrankung, die zahlreiche Folgeerkrankungen nach sich zieht. Zum Beispiel Bluthochdruck. Bei Erwachsenen etwa ein Fünftel der Erwachsenen leiden unter Bluthochdruck. Das macht die Gefäße kaputt und führt dazu, dass im Prinzip Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen können. Aber Sie sehen, auch bei unseren Kindern macht diese Erkrankung nicht halt. Drei Prozent der Kinder leiden unter Bluthochdruck. Und das Problem ist, dass das sehr unterschätzt wird, denn es gibt keine Symptome. Die Kinder haben keine, es tut nichts weh, die Kinder leiden nicht darunter. Und deshalb wird es in der Regel auch nicht untersucht und es wird auch nicht standardmäßig untersucht. Und Kinder, die übergewichtig sind, da liegen die Prävalenzen sogar bei 25 Prozent. Das heißt, jedes vierte Kind, was übergewichtig ist, leidet unter Bluthochdruck. Und das häufig unerkannt. Und Sie sehen, eine weitere Erkrankung, die damit zusammengeht, wenn wir über Übergewicht sprechen, ist Diabetes. Und da sehen Sie, dass etwa sieben Prozent der deutschen Bevölkerung tatsächlich unter Diabetes leiden. 90 Prozent davon in etwa unter dem sogenannten Altersdiabetes. Also etwas, was man eigentlich bei Menschen erwarten würde, die vielleicht 55, 60 und aufwärts sind. Aber so ist es nicht. Inzwischen gibt es auch viele Kinder, die unter Diabetes leiden, unter dem Typ 2 Diabetes. Die jüngsten Kinder in Deutschland sind vier Jahre alt. Das heißt, hier wird schon deutlich, wie wichtig es ist, auch mit der Ernährung, mit der Bewegung diesen Kreislauf zu durchbrechen. Und Sie sehen, all diese drei Erkrankungen münden im Endeffekt irgendwann mal in Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist die Todesursache Nummer eins bei uns in Deutschland. 22 Prozent der Todesfälle werden aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen stattfinden. Das heißt, hier ist es wichtig, dass man so früh wie möglich eingreift, um diese Spirale unterbrechen zu können. Wir haben aber noch einen weiteren Punkt, warum die ersten 1000 Tage so wichtig sind. Und Sie sehen, besonders in den ersten 1000 Tagen haben wir ein rasantes Wachstum. Man sieht es in der Regel bei den Kindern. Wir haben eine Verdoppelung des Geburtsgewichtes innerhalb von vier bis sechs Monaten, eine Verdreifachung im ersten Lebensjahr. Aber nicht nur das Körpergewicht und die Körpergröße verändern sich, sondern auch die inneren Organe, die wachsen und zwar relativ rasant und schnell und auch die Gewebe. Um Ihnen das vielleicht mal zu verdeutlichen, das Gehirn eines unserer wichtigsten Organe nimmt in den ersten zwei Lebensjahren etwa 80 Prozent der Masse des Erwachsenen Gehirns auf sich. Also das heißt, es wächst rasant, aber es wächst nicht nur, sondern es werden auch zahlreiche Verknüpfungen und Speicherzellen ausgebildet. Und da kann man sich locker vorstellen, dass es sehr wichtig ist, dass auch wirklich alle Nährstoffe, die für die Funktionen des Gehirns von Bedeutung sind, in ausreichender Anzahl vorhanden sein sollten. Sie sehen aber auch, der Bedarf an Energie und vielen Nährstoffen ist bezogen auf das Körpergewicht in diesem Zeitraum für diese speziellen Zielgruppen deutlich höher. Aber wir haben deutlich weniger Speicher bei den Kindern. Das heißt, die Kinder sind darauf angewiesen, dass regelmäßige Mahlzeiten und ein regelmäßiger Energie- und Nährstoffzufuhr gewährleistet ist. Und ein weiterer Punkt in diesem Alter ist, dass natürlich auch die Ernährungsgewohnheiten geprägt werden. Das startet in der Schwangerschaft, wird fortgeführt über die Einführung der Beikost und dann logischerweise auch im Kleinkindalter, wenn die Lebensmittelauswahl vielfältiger wird. Und was Hänschen nicht lernt, lernt Hans Nimmermehr. Ich glaube, dieses Sprichwort ist allen geläufig und es trifft eigentlich auf nichts so sehr zu wie auf die Ernährungsgewohnheiten. Denn was langfristig eingeübt worden ist von Anfang an, wird in der Regel auch in jungen Erwachsenenjahren wieder aufgegriffen und weiter fortgeführt. Sie alle wissen selber, dass einmal falsch eingeübte Ernährungsgewohnheiten sich nur sehr, sehr schwer wieder ablegen lassen. Und das macht das ganze Thema Therapie von Übergewicht und die entsprechenden Folgenerkrankungen auch so schwierig. Denn häufig möchte man gerne, aber die Praxisumsetzung, Ernährungsgewohnheiten zu ändern, ist einfach sehr schwer. Und deshalb ist es besonders wichtig, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Und eines der Themen, die hier sehr gut reinpassen, ist die frühkindliche Programmierung. Und jetzt fragen Sie sich ganz sicher, was haben den Bienen mit frühkindlicher Programmierung zu tun? Warum bringe ich Ihnen hier so ein Bild? Aber man hat aus der Tierwelt inzwischen nachgewiesen, dass es auch dort Prägung gibt. Programmierung, was den Stoffwechsel angeht. Und wenn wir uns hier mit den Bienen beschäftigen, konnte man sehen oder kann man sehen, dass die Art der Fütterung einen Einfluss auf die Lebensdauer hat. Und hier geht es um die Fütterung der Larven. Das heißt, wenn die Larven in den ersten drei Tagen mit Gelee Royale gefüttert werden, dann entsteht eine Arbeitsbiene. Die hat eine Lebenszeit von vier bis sechs Monaten. Wenn aber während der kompletten Larvenzeit die Larve mit Gelee Royale gefüttert wird, dann entsteht die Bienenkönigin. Und die hat eine Lebensdauer von vier bis sechs Jahren. Also ein enormer Unterschied, obwohl das gleiche, der gleiche Genpol, das gleiche Genmaterial vorhanden ist, macht die Art der Ernährung einen großen Unterschied. Es gibt noch weitere Beispiele aus der Tierwelt, die Alligatoren. Da geht es nicht um die Ernährung, sondern da geht es um den Außenfaktor Temperatur. Also je nachdem, wie das Gelege quasi gewärmt wird, entstehen daraus Männchen oder Weibchen zum Beispiel. Also die frühkindliche Programmierung durch Außenreize spielt nicht nur beim Menschen, sondern auch im Tierreich eine große Rolle. Aber was ist frühkindliche Programmierung eigentlich? Das möchte ich Ihnen ganz kurz einmal versuchen zu erklären. Und Sie sehen, dass es hier verschiedene Umweltfaktoren gibt, die die innere Umwelt, also unseren Stoffwechsel sozusagen, beeinflussen können. Und das langfristig. Jeder Mensch hat einen bestimmten Genpol, der über die DNA-Sequenz natürlich dargestellt wird. Aber durch Umwelteinflüsse, sei es die Ernährung, sei es Stress, sei es Bewegung, können Gene aktiviert werden, also an- und abgeschalten werden und dadurch den Stoffwechsel verändern. Und deshalb ist es wichtig, dass man von Anfang an versucht, Ernährung, Bewegung in die richtigen Bahn zu lenken, um diese Programmierung in Richtung Gesundheit zu programmieren. Denn diese Programmierung findet langfristig statt. Das heißt, die bleibt bis ins hohe Alter hinein erhalten. Und was kann alles programmiert werden? Ich habe Ihnen hier nur zwei Beispiele mitgebracht. Der Stoffwechsel kann reguliert werden. Als Beispiel habe ich Ihnen einfach mal mitgebracht die Insulinausschüttung. Das heißt, wenn wir hier eine Fehlprogrammierung haben, kann zum Beispiel mehr Insulin ausgeschüttet werden. Insulin ist ein wichtiger Wachstumsfaktor. Im Säuglingsalter führt dazu, dass verstärkt Fettzellen gebildet werden, die dann entsprechend gegebenenfalls auch gefüllt werden. Oder aber Sie sehen, dass auch verstärkt Gewebefettzellen gebildet werden, die zu mehr Gewicht führen. Das ist die Makrosomie. Das ist ein Geburtsgewicht von Kindern, die über 4000 Kilo bei der Geburt wiegen. Und das sind Faktoren, die langfristig dazu führen, dass das Erkrankungsrisiko dieser Kinder bis ins hohe Alter hinein sich verschlechtert. Welche Faktoren spielen eine Rolle in den ersten 1000 Tagen? Das habe ich Ihnen hier mal mitgebracht, wobei Sie sehen schon, wenn Sie sich die Abbildung anschauen, es geht nicht nur um die ersten 1000 Tage, sondern der Start ist eigentlich schon davor, wo das Kind noch keine Zelle gebildet ist, noch keine Befruchtung stattgefunden hat. Sehen Sie, da spielt bereits das Gewicht der Frau, die vielleicht später schwanger wird, der BMI, schon eine wichtige Rolle für die Entwicklung ihres Kindes. Aber auch die Gewichtsentwicklung während der Schwangerschaft spielt eine wichtige Rolle für das Erkrankungsrisiko. Die Ernährung der Mutter, sei es bestimmte Nährstoffzufuhr, sei es bestimmte Lebensmittelauswahl und Infektionen, die hier eine Rolle spielen können, haben wichtige Faktoren. Und wenn das Kind dann geboren worden ist, spielt natürlich die Frage eine Rolle. Wird das Kind gestillt oder bekommt es eine Muttermilchersatz? Hier spielen vor allen Dingen der Proteingehalt eine wichtige Rolle, der einen Einfluss auf das Risiko für Übergewicht haben kann. Bei der Beikost, die dann etwa im vierten bis sechsten Monat danach eingeführt wird, sehen Sie, spielt Qualität und natürlich auch die Menge an Energie und Nährstoffen eine Rolle. Qualität, auch hier sei Protein als Faktor genannt, was Übergewicht triggern kann, aber gegebenenfalls auch Zucker, zuckergesüßte Getränke sind dafür verantwortlich, dass wir ein höheres Risiko für Übergewicht haben. Und dies setzt sich dann fort bis ins Kleinkindalter hinein, also bis die Kinder etwa zwei bis drei Jahre alt sind, auch da spielt die Qualität und die Quantität der Lebensmittelauswahl eine wichtige Rolle für die Programmierung. Ich möchte Ihnen hier nochmal ganz kurz plastisch versuchen zu erklären, wie stellt man sich denn vor, dass Programmierung stattfindet? Ich hatte gesagt, dass durch verschiedene Außenreize Gene an- und abgeschaltet werden, die Genaktivität verändert wird. Und am Beispiel von Überernährung, also Übergewicht und Schwangerschaftsdiabetes möchte ich das ganz kurz einmal erläutern. Ich denke Ihnen ist allen bekannt, Schwangerschaftsdiabetes führt dazu, dass bei der Mutter auf jeden Fall sehr viel mehr Glucose im Blut vorhanden ist, als es sonst üblicherweise benötigt wird. Glucose ist gut, ist wichtig, vor allen Dingen auch für den Fötus, weil das Gehirn nur über die Glucose funktionieren und arbeiten kann. Das heißt, ein bisschen Glucose braucht der Säugling. Das heißt, über die Nabelschnur wird dann die Glucose zum Ungeborenen weitergeleitet und dort ins Gehirn geleitet, beziehungsweise über das Insulin, was das Ungeborene selber bilden muss, über die Bauchspeicheldrüse in die Muskelzellen gebracht und wird dort direkt verarbeitet. Alles, was nicht verarbeitet wird, wird aber in Fett umgewandelt. Das heißt, wir haben hier verstärkt schon die Anlagen zu mehr Fetteinlagerungen. Und zusätzlich hatte ich schon erwähnt, dass Insulin auch ein Wachstumsfaktor ist. Das heißt, Insulin ist dafür verantwortlich, dass überhaupt erst Fettzellen gebildet werden können in dem Alter. Und je mehr Insulin da ist, desto mehr Fettzellen können gebildet und gefüllt werden. Gleichzeitig wird aber auch noch auf neuronaler Ebene, das heißt auf Gehirnebene, das Hungersättigungsgefühl verändert in Richtung mehr Hunger. Das heißt, hier haben wir eine zweistufige Veränderung. Zum einen, was die Einlagerung des Fettes angeht und zum anderen, was langfristig das Sättigungsverhalten regelt. Und all das führt dazu, dass das Kind in der Regel mit einem erhöhten Geburtsgewicht häufig mehr als 4000 Gramm geboren wird. Und die Kinder haben tatsächlich auch ein erhöhtes Risiko, später an Übergewicht, Adipositas zu leiden und auch ein erhöhtes Risiko für Diabetes Typ 2. Und da insbesondere die Mädchen ja dann wieder etwas später die nächste Generation sind für werdende Mütter, nehmen wir diese Risiken sozusagen in den nächsten Kreislauf direkt mit. Und deshalb ist es so besonders wichtig, diesen Kreislauf möglichst frühzeitig mit Aufklärung, mit Beratung, mit Angeboten zu unterbrechen. Ich habe Ihnen hier nochmal mitgebracht. Es gibt inzwischen schon sehr viele Studien, die sich mit diesem Thema befassen, sodass Sie auch sehen können, es macht Sinn, sich mit diesem Thema zu befassen und es bringt auch etwas. Ich habe Ihnen mitgebracht einmal auf der linken Seite Effekte, die wir bei den Müttern sehen können. Und auch hier sehen Sie wieder, es geht um den Schwangerschaftsdiabetes und die Folgeerkrankung, den Typ 2 Diabetes. Denn mehr als 50 Prozent der Schwangeren, die einen Diabetes während der Schwangerschaft entwickelt haben, entwickeln nach etwa acht Jahren einen Typ 2 Diabetes, wenn keine weitere Prävention stattfindet. Aber die Mutter kann etwas dafür tun, dass das Risiko für sie sinkt. Und das kann sie mit dem Stillen zum Beispiel tun. Das heißt, es muss kommuniziert werden, dass Stillen auch für Frauen, die Diabetes hatten, ein wichtiger Part für ihre Gesundheit ist. Denn wenn die Mutter mehr als drei Monate vollstillt, sinkt das Risiko, dass sie später nach 15 Jahren an Typ 2 Diabetes erkranken kann. Und wenn sie mehr als sechs beziehungsweise elf Monate insgesamt stillt, das heißt eine Vollstillzeitdauer plus im Prinzip neben der Beikost weiter teilstillt, auch dann vermindert sich das Risiko für Typ 2 Diabetes. Also das heißt, mit dem Stillen kann die Mutter für ihre eigene Gesundheit Vorteile herausholen und im Prinzip das Risiko für spätere Erkrankungen senken. Aber wir sehen das auch auf der Seite der Kinder. Und da sehen Sie zum einen, dass Frauen, die mit Übergewicht in die Schwangerschaft gehen und gleichzeitig einen Schwangerschaftsdiabetes entwickeln, dass die Kinder ein fast zweieinhalbfach erhöhtes Risiko haben, selber übergewichtig zu werden, beziehungsweise übergewichtig auch geboren zu werden. Das heißt, auch da kann die Mutter im Prinzip mit der Gewichtssenkung vor der Schwangerschaft und der Behandlung des Schwangerschaftsdiabetes einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass das Ganze nicht passiert. Kinder, die mit einem erhöhten Geburtsgewicht geboren werden, haben wiederum ein erhöhtes Risiko, später übergewichtig zu werden, übergewichtige Schulkinder und dann auch übergewichtige Erwachsene. Ein weiterer Punkt, der in dieser Zeit eine Rolle spielt, ist die Proteinzufuhr. Und das hat auch was mit dem Stillen zu tun. Denn Muttermilch hat vergleichsweise wenig Protein, während eine Flaschenmilch zumindest über viele Jahre hinweg das zwei- bis dreifache an Protein geliefert hat. Und die Studie, die ich hier zitiere, die hat dazu geführt, dass unter anderem die gesetzlichen Regelungen für die Zusammensetzung der Säuglingsnahrung so weit geändert worden sind, dass der Proteingehalt auch gesenkt worden ist. Denn diese Studie konnte zeigen, dass Kinder mit einer erhöhten Proteinzufuhr über die Flaschenmilch ein erhöhtes Risiko hatten für Übergewicht im Alter von zwei Jahren. Und das konnte man auch noch sehen im Alter des Schuleingangseintrittes, also im Prinzip im Grundschulalter. Und von daher sind diese Faktoren wichtig und spielen eine wichtige Rolle, um die Prävention von Anfang an in die richtigen Bahnen zu lenken. So, wer ist denn im Prinzip... Entschuldigung, eine Sache habe ich noch, die habe ich noch zusätzlich eingefügt. Deshalb war ich etwas überrascht. Ein wichtiges Projekt, was in den letzten Jahren hier gelaufen ist, beziehungsweise in Baden-Württemberg gelaufen ist, das ist die Gemoki-Studie. Und die Gemoki-Studie hat sich damit befasst, inwiefern man durch eine Beratung bei den normalen Vorsorgeuntersuchungen die Gewichtszunahme während der Schwangerschaft positiv beeinflussen kann. Das heißt, dass nicht mehr so exzessiv an Gewicht zugenommen wird, wie das sonst der Fall ist. 50 Prozent der Schwangeren, etwas mehr als 50 Prozent der Schwangeren, nehmen mehr an Gewicht zu, als sie für ihr Ausgangsgewicht haben sollten. Und durch eine Beratung von Ernährung zu Bewegung und auch Genussmittelkonsum während der normalen Vorsorgeuntersuchungen sollte geschaut werden, ob es hier positive Effekte gab. Und die gab es. Das heißt, Sie als Akteure in der Beratung können im Prinzip von Beginn an dazu beitragen, dass weniger exzessiv Gewichtszunahme stattfand. Und ein Kilo weniger auf der Waage bedeutet sowohl für die Mutter als auch für das Kind einen guten Start in die Prävention. Das Problem bei diesem Projekt war, dass es auch sehr viele Hürden gegeben hat. Die sehen wir eigentlich überall. Das eine hängt damit zusammen, dass die Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Hebammen und Geburtshelfern nicht ganz so leicht ist. Das heißt, hier müssen wir sensibilisieren und es soll auf jeden Fall auch die Gesundheit der werdenden Mutter und dann natürlich des Kindes im Vordergrund stehen und die Zusammenarbeit auch weiter gestärkt werden. Wichtig ist auch, dass die Fachkräfte für dieses Thema sensibilisiert werden. Dafür sind Sie heute hier, um sich dafür sensibilisieren zu lassen, um dann auch entsprechend Aufklärung in die entsprechenden Zielgruppen die Familien einbringen zu können. Und welche Zielgruppen spielen hier eine Rolle? Logischerweise Frauen, Familien, die einen Kinderwunsch haben, sollten bereits frühzeitig aufgeklärt werden. Schwangere Frauen spielen eine Rolle. Stillende, aber natürlich auch die nicht stillenden Frauen sind hier wichtige Ansprechpartner, damit sie die richtige Milchnahrung auswählen können. Sie sehen aber auch im Kleinkindalter spielt das Ganze eine Rolle. Welche Lebensmittel sind wichtig? Welche sollte man vielleicht besser in kleineren Mengen den kleinen Kindern geben? Aber es zählt nicht nur die direkte Familie dazu, denn mit dem Essen befassen sich alle. Also stellvertretend habe ich jetzt hier zusätzlich noch die Großeltern mit aufgenommen, wo Kinder auch sehr gerne essen und meistens eben genau das bekommen, was in Richtung Übergewicht geht. Also die Süßigkeiten, den Kuchen, das verbinde ich immer mit meiner Oma und deshalb sollte auch diese Zielgruppe in die Beratung mit aufgenommen werden. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass Fachkräfte sensibilisiert werden. Angefangen bei den Ärzten, Kinderärzte, Gynäkologen, alle die in die Beratung mit Schwangeren, Stillenden und natürlich auch mit Kindern involviert sind. Es zählen dazu die Geburtshelfer, die Hebammen. Es zählen Pflegefachkräfte dazu, die geschult werden sollten. Es zählen pädagogische Kräfte dazu, denn die sind im Prinzip Erzieherinnen, Erzieher, Pflegekräfte. Die sind diejenigen, die gemeinsam mit den Kindern essen. Und da ist eine Vorbildfunktion besonders wichtig. Ernährungsfachkräfte spielen eine Rolle. Aber natürlich auch in der Apotheke gibt es eine Beratung zum Thema Ernährung. Das heißt, auch diese Fachkräfte sollten mit einbezogen werden. Und alles, was in Richtung Küchenpersonal, Caterer dazu kommt, denn die stellen die Lebensmittel, die Speisen für unsere Kinder in den Einrichtungen tatsächlich auch her. So, jetzt habe ich Ihnen erzählt, was Programmierung ist, wer involviert ist. Und jetzt ist die Frage noch, wo können Sie Ihre Informationen herbeziehen, wenn Sie über das Thema reden wollen, sich informieren wollen. Und da möchte ich auf die Handlungsempfehlungen kurz noch hinweisen. Sie sehen, die gibt es im Prinzip für das komplette Alter dieser ersten Tausend Tage, angefangen von der Schwangerschaft über die Säuglingszeit bis hin zum Kleinkinderalter. Das Ziel dieser Handlungsempfehlung vom Netzwerk Gesund ins Leben ist es, dass die Fachkräfte möglichst mit einheitlicher Stimme sprechen, nicht der Kinderarzt Hü sagt, die Hebamme Hotz sagt und die Mutter irgendwo völlig entnervt dazwischen steht und nicht weiß, was sie tun soll, so wie es leider heute immer noch der Fall ist oder oft der Fall ist. Und diese Handlungsempfehlungen berücksichtigen verschiedene Themen. Sie sehen hier im Bereich der Schwangerschaft, dass sie sich mit dem Gewicht und der Gewichtsentwicklung auseinandersetzen, aber auch der Energie und dem Nährstoffbedarf, dem Lebensmittel oder dem Lebensmittelauswahl, der Bewegung Mund-Zahn-Gesundheit und wichtig ist auch die Vorbereitung auf das Stillen frühzeitig anzusprechen, denn wer frühzeitig sich mit diesem Thema befasst, stillt häufiger und stillt auch länger. Bei den Kindern, den Säuglingen ist es so, dass wir hier über die Bedeutung des Stillens aufgeklärt werden, es natürlich über die Zubereitung und die Auswahl der Milchnahrungen einen Part gibt, die Beikost spielt eine wichtige Rolle, aber auch welche Supplemente notwendig sind. Wie Essen gelernt wird, das ist ein wichtiger Punkt, aber auch die Bewegung und in diesem Teil sind auch die Ernährung der stillenden Frauen mit integriert. Und beim letzten Teil der Ernährung der kleinen Kinder, da geht es besonders auch um das Essen lernen, gemeinsame Mahlzeiten, wie sie in Kitas auch stattfinden, in Krippen stattfinden können. Die Erweiterung der Lebensmittelvielfalt spielt hier eine wichtige Rolle und wie man Hunger und Sättigung bei Kindern erkennen kann. Die Lebensmittelauswahl von Seiten der Ernährung, verschiedene Ernährungsweisen, wie vegetarisch-vegane Ernährung, die zunehmend im Kommen sind, werden thematisiert, aber auch der Schutz vor Lebensmittelinfektionen. Nahrungsmittelunverträglichkeiten spielt eine wichtige Rolle in diesem Alter. Auch das wird besprochen und wie sich Kinder auf der einen Seite bewegen, aber auch das richtige Ausmaß für die Entspannung finden. Das sind wichtige Punkte, die die Handlungsempfehlungen ansprechen. So, wenn wir das noch mal zusammenfassen, kann man sagen, dass die ersten tausend Tage, also angefangen von der Empfängnis bis ins Kleinkinder hinein, eine wichtige Rolle spielen für die langfristige Gesundheit bis ins hohe Alter hinein. Das heißt, hier müssen wir von Anfang an Prävention betreiben. Dieser Zeitraum bietet gute Chancen, das Risiko für Übergewicht zu senken und entsprechend dann auch für Folgeerkrankungen zu minimieren. Und Sie als Fachkräfte können die Handlungsempfehlungen als Grundlage für die Prävention und ihren Spielraum darin nutzen und damit leisten sie dann auch wirklich einen wichtigen, essentiellen Beitrag, damit unsere Kinder gute Essgewohnheiten von Anfang an lernen und auch ein ausreichendes Bewegungsverhalten von Anfang an lernen und das Ganze ihr Leben lang beibehalten hoffentlich. Und damit danke ich Ihnen für Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit.